Servus, Austria Klankfurt. Glory Amanda ist einer der Neuen bei der Austria und er weiß, wie man sich in Weidmannsdorf vorstellt. Kaffee und Milch, bitte. Das ist alles, was ich jetzt weiß. In den Vorbereitungsspielen hat er bereits einige Tore gemacht und aufgelegt. Und was mindestens genauso wichtig ist, er sorgt immer für beste Laune. Ich versuche einfach Spaß zu haben, so gut es geht. Das Leben ist ohne dies oft hart genug. Aber auch diese beiden Männer haben eine Menge vor. Als Meister kommen sie von Linz nach Weidmannsdorf, Thurgay und Nikolas. Den Traum der Bundesliga können sie sich jetzt in Klagenfurt erfüllen und dafür geben sie alles. Ich bin nicht da zum Baden, sondern zum Fußballspielen. Ich will mich da weiterentwickeln. Ich will in der Bundesliga Fuß fassen, will super Spiele machen und mit der Mannschaft so schnell wie möglich den Klassen fixieren. Und ja, die ersten Eindrücke ist eine Top-Mannschaft. Die Mannschaft hat wirklich einen sehr, sehr starken Charakter, wie sie uns aufgenommen hat. Also ist echt unglaublich. Also findet man, glaube ich, ganz selten. Als Spieler von Blau-Weiß hat Thurgay gegen die Austria keine guten Erfahrungen gemacht. Es gab keine Punkte. Jetzt aber freut er sich, im Wörthersee-Stadion zu Hause zu sein. Ja, also wie gesagt, ich habe es nicht in guten Erinnerungen mit Blau-Weiß. Aber ja, umso schöner ist es jetzt, wenn es am 25. losgeht im Derby. Ich schaue auf ein ausverkauften Haus und dann, ja, knallt es im Derby. Gegen Wiener Neustadt, das wird der erste Härtetest im Cup. Wir wollen natürlich da auch weiterkommen. Und dann, glaube ich, freut sich jeder schon auf den 25. auf das Derby. Für die meisten das erste Bundesligaspiel. Wenn wir da mit den Fans eine super Stimmung haben, gut ins Spiel kommen, wieso sollen wir dann WRC nicht schlagen können? Die Vorfreude ist groß, aber auch der Respekt vor dem Abenteuer Bundesliga. Ich glaube, dass das sicher nicht einfach wird. Aber mit der Euphorie, wie mit dem Aufstieg, da ist, glaube ich, sicher einiges möglich. Und du wirst oft vielleicht der Underdog sein und da musst du einfach Gas geben, 100 Prozent geben, in die Zweikämpfe gehen. Und dann ist da sicher einiges möglich mit der Mannschaft. Zurück zu Glory Glory Amanda. Er könnte im Angriff eine wichtige Rolle spielen. Was rechnet er sich aus? Wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Tormöglichkeiten noch besser verwerten. Es ist aber schon sehr gut, dass wir zu Torschancen kommen. Und wenn auch das gelingt, dann heißt es nur noch eines. Clangford kommt. So geht's.